Wer ist das denn? Der Mann, der dich aus der Gasschamber hält. Townley ist auf seinem Weg. Wir müssen face to face sprechen. Wettbewerb von Dutch London in Banning. Oh, wir können mehr als sprechen, mein Freund. Der mit Michael weitergeht, der immer noch an seinem Unterhemddom läuft. Junge, Junge, Junge. Ich kann mich echt nicht an die Mission erinnern. Ach, das ist ein Tier. Er erinnert mich an einer von den Leuten, die man sieht, die Advertisierungen für mitteljährige Menschen, die nicht bekommen. Hey, Devin Weston? Er ist ein sehr guter Freund von meinem, also, warum nicht ihr hört euch? Weil, ich sage euch etwas, dieser Mann bekommt mehr tail als, äh... ... als ein Tailcatcher. Ich muss mich wirklich daran erinnern. Du. Wo sind wir uns? Kein Ort, Junge. Ja, wir haben uns. Hey, oh. Was machen wir hier, äh? Das. Bitte. Kannst du dich sehen, dass du den Weg von mir gehst? Nein, nein. Ferdinand, er ist weg. Er ist weg. Es ist okay, ich habe jetzt ein paar neue Freunde hier. Das ist Michael. Und das? Das ist Treble. Nein. Jetzt, unser Freund hier. Er sagt, er kennt nichts. Ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Ich habe bereits nichts gesagt. Ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Bitte. Bitte, bitte. Er kennt euch über die Azerbaijanis. Ich mache Audiovisual, High-Five Audiovisual. Es ist Top Man, gut Preis, VIP. Du kennst. Du kennst. Du kennst. Du kennst. Du kennst. Und die Arschlöcher der Regierungser wissen das. Nein. Ich muss wissen. Was hast du ihnen gesagt? Was hast du ihnen gesagt? Und was hast du dir gesagt? Ich... ... ich... ... ich... ... ich... ... ich sag ihnen, was ich dir sagst. Da fehlt noch eins. Da fehlt noch eins. Da fehlt noch eins. Ich habe alle Glorie genommen. Ich lass mich gehen. Hey, die Scheiße ist alles, was? Ich denke, es ist ein guter Zeit, Mann. Du kennst, du kennst. Ich geh' auf einen Weg. Ich warte. Nein. Du geh'n zu arbeiten und äh... ... ich bin nicht hier. Nein. Du geh'n zu arbeiten und äh... ... du kennst. Die Leute ist deinem Freund. Der Kuss. Der Kuss. Der Kuss. Wie ich ihn sehe, wie ich deinen Fass, ... die ich ihn mag. Ich bin dich. Ich wäre nicht so kritisch, ... von jemandem zu erliefern. Also... ... er wird ein Problem sein? Natürlich. Aber es gibt nichts zu tun. Wenn etwas zu ihm passiert, würde ich direkt unter einem Mikroskop sein. Ein Mikroskop elektronischer Bürokratik. Und das würde es sehr schwierig zu halten. Oh, well. Boo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo für dich. You know who else is having trouble keeping the secrets assholes? Me, nachdem du Trevor in das gebracht hast. Ich habe ihn nur nachdem, nachdem du deine Presse rausgebracht hast. Townley's taking scores again. The Los Santos reboot. If we didn't control the situation, and he'd unearth this connection, then what? Then Trevor flips out, beheads me, kills my family, or raises them as his own. I don't know which is worse. Anyway, any of that could happen at any time. Slow down. Let's think this through. What does he know? He knows I'm alive. He knows I got money. And now he knows I'm working with the FIB. Does he know how long you've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the cash depot job, you walked your crew- Watch it! You walked your crew into an ambush. One of them spent 10 years on the run, and the other landed in a federal penitentiary. Or, or, we stumbled on the cash depot job, Brad went down, you went down, Trevor got away. The FIB cut you a deal on your sickbed, faked your death, and you end up here. Who's to say which of those is true? That there's any doubt probably accounts for you being alive. Back there, Trevor made you right away. The second he saw you. You remember after the bust? I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Townley. Yeah, that was quite a trophy. A good head to hang on your wall. Back then sure. Not now. Not now. Oh shit. This place? Davey. They've been shooting the real cunt of suburbia here the last few weeks. No way that you're guy. Shit. You're kidding me. I'll call Steve. Wrong house. This guy isn't our guy. Okay, okay, okay. You sure you don't silence him just to make sure? If we're silencing someone, we're silencing the right someone. Get me another address. Cut! Hey, you want a coffee? Can I get you anything? Turns out that was the wrong Azerbaijani. We need a new address from Mr. K. Choose your instrument and go to work on it. Where do we start, eh, buddy? Wait. What are you talking about, the wrong guy? No. Who do you want? Just tell me what you want. Ah, man? Ah, please. Look at me. Please. Drücke W, H, D und... Ach, wofür fangen wir denn an? Wollt sagen, wir fangen erstmal damit rein. Also mit dem groben. Lou, Lou! Be gentle. The breaker! Ow. Ow. Mr. Phillips. Ask him about Tahir Javan. Why didn't you ask me? I know Tahir. I did his own home theater. He lives in Chumash, right into the western highway. Ah, that wasn't so tough, was it? Huh? Did you get that? You hear him? He lives in Chumash, the western highway. Chumash, you're driving. Er hat er die ganze Zeit mit seinem Harz-IV-Unterhemd. Der Terror nimmt nicht Koffe-Brecks. Ah, was ein Scheiß. Ich bin mal gespannt, wie ich die Folgen hochgeladen bekomme. Das ist eine produktive Beziehung. Und wie ich gesagt habe, er hat seine Beispiele. Und wie du siehst, wir versuchen ihn vollständig anzunehmen. Dann was? Diese Sache mit der Agentur wird gelegt und wir brauchen dich nicht mehr. Genau. Und was über Trevor? Und was über ihn? Ich brauche etwas Resolution, Davy. Du lässt ihn gehen. Du sagst, du wärst das ganze Ding in Nord-Yankton gelegt. Und du sagst mir, es wäre ein kompletter Job. Keine Veränderungen. Es gibt mehr Augen auf die Stadt, als sie brauchen. Ja, also mit meinen Augen, Trevor ist dein Problem. Dave, so viel wie ich bin. Er ist kein Problem. Wir monitorieren ihn. Hat er gesagt etwas über Brad? Fuck, ja, er hat er. Plenty. Ich verabschiede das Thema. Er denkt, du könntest, dass du eigentlich verabschiedst von Brad's Beispiele, wenn das alles vorbei ist. Das ist gut. Gut. Wir senden noch eine Art. Es ist auch Zeit. Oh. Also, das ist du, der hat diese Art von Trevor senden? Ja. Er denkt, sie sind von Brad. Er denkt, er denkt, er liegt in hohe Sicherheit und nicht... ... also nicht sechs Meter unter in einer Gravemark... ... also nicht sechs Meter unter in einer Gravemark... ... also nicht sechs Meter unter in einer Gravemark... ... Michael Townley. Die Trainers schreiben ihn. Es ist ein guter Einsatz. Ja, da f***. Wie hat das angefangen? Ein paar Jahre vorhin kam eine Lieder zum FEDERAL-Präsidenten... ... und zu Brad. Es wurde nicht gegründet, aber er gab eine P.O. Box in Sandby Shores. Ich spielte die Partie von Brad und wir haben eine Korrespondent. Ja, danke für mich, Davey. Ich war dir ein favorit. Ich dachte, du wolltest nicht wissen, dass er in dem gleichen Staat war. Ja, also jetzt was? Ich sitze einfach zurück und hoffe, dass er es nicht herauskommt. Es hat so weit funktioniert. Er ist eine Zeitbomb, Dave. Und du, du wirst es wissen. Wolltest du das Gespräch mal zu Ende anhören? Okay, weiter geht's. Bitte. Äh, was haben wir denn jetzt? Ach komm, wir nehmen mal die Zange. Ach so. Nein, nein, nein! Sie haben geworfen, bitte nicht! Ich habe sie einfach verlassen! Das ist schon ein bisschen eklig. Hey hey, hey, hey! Jetzt? Huh? Jetzt? Die bereit sind sie? Ich bin bereit! Jetzt habe ich den Pf aqui benannt. Ich spielte den Scheppern. Ja, ja, ja. Dieser Mann ist durch. Was sieht er aus? Ich bin gebaut, ich bin wie in der Mitte. Ja, ja, das klingt, wie du stöhnt. Das besser wäre genug. Mitte. 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 Er ist schmerz. Okay? Er ist Azerbaijani, für Gott's sake. Schau rundherum. Ist das genug für dich? Ich finde, dass sie... Wir sind live. Siehst du jemanden da, der in Azerbaijani sein könnte? Was weiß ich? Du bist in Azerbaijani, für alles, was ich weiß. Was sieht man aus? Sie sehen älter. Hatte, diese Stadt sieht älter, Davy. Du musst den Shah und den Kommunismus folgen, um zu bedanken. Niemand steht da. Nein, sie sind alle zusammen. Mach' einen Telefon, Dave. Wir werden noch mehr Info auf diesen Leuten brauchen. Sie haben eine Party da unten. Sie werden es nicht kümmern, mein Freund. Schau, schau, lass mich denken, ich erinnere mich. Sorry, zu late, Trevor. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, was haben wir jetzt? Ähm... Ja, das natürlich. Wir sind ein paar Krasset. Sie denken, sie sind weg und durch diese Dinge? Ich nehme noch 2, bitte! Mein Schatz! Also... wir lassen es mal und auch 150 so what have you got for us hmm we need to take care of us oh no 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 he's got beer uh-huh i think you're making this up no no i'm not no yeah i'm telling you true she beard got any types at this party huh because that's all mr. k is giving us no you know i'm thinking maybe i'd just take two bullets and put them in our reformant and just call an airstrike on chumash beach get out the scope who am i looking for steve saying beard what do you got anything specific or is some stubble gonna cut it let's start at mountain men and we'll work our way down until someone fits the profile well there's a few beards at this party vinewood's full of weak chins place is famous for it damn beards are in fashion in chumash land of beach hipsters we need more to be a long day so you give us some intel on our target this book this book like a fucking uh-huh i don't know trev maybe one more time just to be sure no please no i told you you smoke that's all i know oh my mama had waterboarded me more often i wouldn't be the gun tone psychopath you see before you now i was drunk my mother i was drunk i got blood in my mouth no say this okay okay oh 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 okay Das ist Terrible! Heute ist über Regulierung der Regierung. Lässt? Das ist meaningless. Herr K. Herr K. Ich weiß nichts, bitte. Er verabschiedet. Er verabschiedet. Was ist das? Er verabschiedetet. Ah, okay. In diesen kleinen Mann, die in der Partei riecht Cigaretten, Herr K. sagt, er riecht ein paar Tage. Redwood Cigaretten? Danke, Herr K. Steve sagt mir, er riecht Cigaretten. Es ist nicht die Cigaretten, die ihn töten. Es sind die Leute, die riecht auf den Pagten. Und er ist rechtshandel. Oh, jetzt verstehe ich es. Du sagst mir, dass ein Mann ein Mann verabschiedet hat, weil er eine Farbe hat. Eine Cigarette. Und er ist rechtshandel. Ah, ich sehe jemanden. Er hat den Profil. Was zur Hölle? Das war der Mann. Ich hatte eine Gefühl. Er wird nachschauen. Wir haben ihn. Ohne nachzudenken. Das ist ein Wettbewerb, meine Freunde. Excellent Arbeit, die beiden. Jetzt, ich habe ein Wettbewerb-Games, um zu kommen. Also, Trevor, wenn du mir vorhören, Herr K., ich denke, wir sind alle bereit. Was willst du mit ihm machen? Ich würde sagen, er hat seine Vorteil. Oh, komm mal, bitte. Das ist ein Sport. Wenn du. Jetzt gehen wir mal. Wenn du wegst, wird mich gericht. Fuck, wich bleiben wir, ok? Ich lasse mich nicht, dass das G-Man-K석chen erzählen, was es tun soll. Was? Was soll das sein? Immer mehr zu viele Frage fragen. Also, runter. Komm mal, runter die Stauern. das flutet der hose hat doch ein herz da war doch so ein bisschen herz das ist deine alte Leben, das ist jetzt vorbei, du bist aus der grünen, du bist ein von den Invisiblen einfach mach mich nach Hause ich nehme dich zum Airport, du gehst auf einem Flugzeug du fliehst lange weg von diesem Land und du spielst du deine Botschaft ich habe keine Botschaft du bist ein advokat von Torture advokat? die Medien und die Regierung haben wir glauben, dass die Torture ist etwas notwendiges wir brauchen Informationen, um sich zu bewältigen wir haben eine Informationen aus dir ich habe dir alles gesagt genau Torture ist für den Torture oder der Mann, der Beobachter zu den Torture du Torture für die guten Zeiten du solltest das nicht, es ist nicht sinnvoll als ein means für Informationen ich bin ein Lichter manchmal, du Torture für die Torturee aber nur wenn sie bereit sind zu bezahlen departure niemand fährt mich nach dem Airport oh scheiße oh, Gott sei Dank wo stehen da so viele Reisetaschen rum so Junge, raus mit dir ich bin rauf, du bist frei aber mein Freund ist hier deine Familie ist wahrscheinlich die die dich in hier ok? und schau, keine Ahnung ok? du bist jetzt allein wirklich? ja wirklich jetzt los, komm 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 du bist bestanden kommt bestimmt noch wieder ein Anruf oder okay ja dann würde ich sagen machen wir an der Stelle mal Feierabend meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare gebt mit einem da rum und ich hoffe wir sehen uns dann morgen wieder, bis dann, ciao